Musik Na gut, ich bleib hier oben Also, ne, äh, hier, also ich bleib, ich bleib einfach mal Oh, oh, nein, oh nein, ach Mann, das Ach, Mann, ich bin wie so blöd, das Spiel zu spielen So ein Shit aber auch Ach, nee Ich hab das ja vor uns schon mal im Livestream gehabt, das Spiel hier, also Na? Na? Nee, noch nicht gestorben, ist ja doof Da hat's auch ziemlich viel Spaß gemacht Als es sich dann auf einmal alles aufgehangen hat Da hab ich mir auch gedacht, na super Ganzhaft Also, da war ich mir dann, wo ich wirklich auch sagen musste Und, äh, ja, schönen Scheiß auch, da ist hin, da ist was Oder bis zum Beispiel, da war was Ich hab 53,7 Sekunden überlebt Wahnsinn Sag ich dazu nur, wahnsinn Joshi und Gino und La und und Dark, Wild, Dingens, Kerchens Man guckt sich einfach mal die blöde, 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 blöde Und der ist disconnected Hm, warum denn nicht? Mal gucken sich einfach mal die blöde, 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 blöde Drehende Sonne an Waiting for Players Na, dann warte mal für Players Sind doch schon mal sieben drauf Ach, Gottchen Ich könnte jetzt zwar auch in einen anderen Raum wechseln Aber ich hab echt keine Lust dazu Das ist das, wenn das natürlich alles Nach Ja, jetzt wird es hier voll, oder was, ja? Wissen Sie, dass ich drauf bin? Ein unbekannter Lesplayer Der gerade schon seit 18,18 Minuten und 19 Sekunden aufnimmt Mittlerweile sind es jetzt 27, aber scheiß drauf 16 von 16, das find ich immer sehr schön Umso mehr Spaß macht es doch Warum kann der Ultra sein und ich nicht? Das ist ja mal voll unfair Aber mal so richtig, richtig, richtig unfair Auf den blauen Franken kommen wir Ich steh hier ganz stinknormal rum Und ich langweil mich zu Tode Und ich langweil mich zu Tode Und ich langweil mich zu Tode Oh, oh, yeah Ach, ja Ja, guck mich nicht so an, ne? Guck mich nicht so an Ich möchte aber da rüber, zu dem Haus. Das war ja klar, dass das nicht klappt, deswegen möchte ich jetzt doch da rein. Ja! Hier bleibe ich. Hier bin ich sicher, hier bin ich glücklich. Wobei sicher vielleicht auch nicht, aber... Ich bin schon mal hier reingefallen. Was war das? Der hat mich in die Ecke gedrängt. Na, sag mal Hallo! Also, sicher bin ich hier definitiv. Vielleicht nicht vor dem Wasser, aber... Und tot. Also, Wasser ist hier ziemlich gefährlich, wie ich sehe. Super zu wissen. Menschenskinder, jetzt geh doch mal da. Sag mal! Ist das jetzt dein Ernst gewesen hier? Hätte ja klappen können. Auch wenn da ganz viel Wasser war. Oh mein Gott! Ich seh schon, ich sterbe hier. Ach! Das war jetzt natürlich wieder ärgerlich, aber 1,6 Minuten habe ich überlebt. Wobei ich glaube, ich wäre hier sicherlich ziemlich sicher gewesen. Lol! Was war das jetzt? Siehst du, da oben wäre ich sicher gewesen. Einfach nur noch schämen und nach unten gucken. Was war das jetzt? Waiting for players. Warum willst du denn... Es sind doch 9 von 8 Spielen. Waiting in layers. Sind doch 10 jetzt. Starting in 48 Seconds. Macht es Spaß, in mir drinnen zu stehen? Ja. Finde ich nicht. Ich gucke einfach wieder die Indie-Säule. Sag mal, macht es Spaß, Leute? Ja? Gut. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte jetzt irgendwas machen. Ich habe aber jetzt die Ahnung verloren. Ich denke mal, ich werde das jetzt eine Stunde lang aufnehmen. Da habe ich für Folgen. Wochenende bin ich ja nicht da. Das heißt, ich bin am Wochenende in Berlin. Ja. Langweil mich da ein bisschen. Du knimmst mir meine Finger in der Zwischenzeit ab. Ich will mal keine Gans da hoch. Na, kann man. Ja, man kann wieder laufen. Ich glaube, ich bin fast immer der Erste, der los hat. Hier. Laufen, ne? Laufen. Laufen. Dann nicht. Dann eben nicht. Treppen, 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 treppen. Treppen, 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 treppen. Wenn man hier runterfällt. Nicht, dass jetzt ein Drachen kommt. Ich möchte nämlich nicht schon wieder als erstes sterben. Ich glaube, er ist nämlich gestoppt. Nein, 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 nein. Entschuldigung dafür. Dieser, dieses Husten des Kamets, also so ganz plötzlich. Keine Entschuldigung. Hier unten habe ich ja das letzte Mal gewonnen. Als ich hier stehen geblieben bin. Deswegen bleibe ich hier ganz still und heimlich stehen. Und ich trinke noch mal einen ganz kleinen Schluck. Bis gleich, Leute. So. Da bin ich wieder gesprächsbereit, würde ich mal sagen. 32-Bit-Float und 48-Hertz-Stereo nehme ich auch. Nicht Stereo, sondern Stereo. Ja, ich sag dazu Stereo. Hoppala. Ja, gut, das war jetzt... Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Und man hat, ich hatte gerade das Handy in der Hand. Ja, ist überlebenswichtig. Als Arbeitender. Ich habe nämlich gerade eben den Dienstplan von morgen... ...besprochen. Ob der jetzt nun so bleibt oder ob wir den jetzt anders machen. Naja, gut, das ist ja auch erstmal egal. Wie gesagt, morgen fahre ich ja nach Berlin. Und da habe ich ja einen anderen Dienstplan als hier in Leipzig. Und daher... Wuh, ich habe 10 Gems bekommen. 2000 brauche ich, damit ich das da werden kann. Ach, das kützt mich so an... ...das nicht ist, komisch. Oder dieser Yoshi. Ob das ein Sie oder ein R ist ja... ...naja, Select Team. Fünf Players. Da. Das die ganze Zeit anzugucken ist doch schön. Auch wenn man das da angucken kann. Das ist doch auch schön. Vier sind noch hier drin. Naja, ist doch schon ziemlich spät. Zwei Players. Weißt du, dann locke ich mich hier auch aus. Das machen wir auch so. Und dann gucken wir mal, ob wir was anderes spielen können, was ich wenigstens Half-Bags verstehe. Denn... Der... Ich habe eine Truhe. Lol. Ja, das mache ich auch regelmäßig. Mixed Arcade. Aber da komme ich nicht rein. Da hängt sich das immer wieder auf. Das ist so zum... So, und dann... Da oben war vorn jemand. Ich werde auch da hoch. Naja, fast zumindestens. Da rennt ein Schweinchen rum. Ja, ist doch okay, Leute. So. Es ist halt die Frage, was wir jetzt spielen möchten. Auf den Mineplex-Servern. Hier kann man ja nicht viel machen. Oh, man kann... Ich würde den schlagen. Nee, kann ich nicht. Das möchte ich nicht spielen. One in... Habe ich noch nie gespielt. Ach komm, ich lag nicht mal da rein. Mal gucken, was das für ein... Für ein Zeugs ist. Mal gucken, was man hier spielt. Select Team. Ich nehme... Naja, gut. Ich kann ja nur den Jumper hier nehmen, ne? Schade, schade, schade. Was auch immer das hier für ein... Das habt ihr nicht gesehen. Nicht jugendfrei. Und habt ihr nichts gesehen? Nein, habt ihr ja nicht. Hier bleibe ich. Ich stehe nämlich genau unter so einer Dings. Ach komm, wir machen mal das ein bisschen. Ein bisschen hier von. Ein bisschen da von. Tatli, 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 tatli. Ein bisschen hier von. Ein bisschen da von. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Schon wieder das? Sag mal. Ist das hier immer das Gleiche? Wo bin ich denn hier überhaupt? Was kann ich denn hier machen? Wo komme ich denn hier hin? Was muss man denn hier machen? Oh. 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 Toll. Ich bin tot. Noll. Einschuss. Ich hab keine Dings mehr. Das ist unfair. Bin ich jetzt wirklich da reingesprungen? Was muss man denn hier machen? Ist das hier wirklich so ein PvP-Server oder was? Oder oder wie? Das war jetzt aber unfair. Lol. Das gibt's doch nicht. Haha. Wirklich? Ja? Willst du das wirklich, ja? Ja. 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 Okay. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Das ist natürlich jetzt auch nicht gut gelungen. Oh. Dam, dam, dam. Oh, ich hab grad mal drei getötet. Ich hab grad mal drei Kills gehabt. Schade. Das ist natürlich auch kein schlechtes Spiel. Auch wenn ich davon jetzt nicht hier viel geredet hab. Jetzt, denn... Das hat mich grad schon ein bisschen abgefuckt hier. Aber es ist ein lustiges Spiel. Das muss man sagen. Ich hab da noch keine 2000 Gems. Oh Gott. Ruckler, 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 ruckler. Extreme Ruckler. Da stand wohl jemand auf mich. So ein Scheiß. Oh, Moment, 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 Moment. Das hat jetzt ganz gerade gar nicht so geklappt. Oh, Moment, 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 Moment Vielen Dank.